Dann sagt er, wie kann man den anderen helfen, wie kann man etwas von ihnen fordern, wenn man es nicht zuerst mit sich selber ins Reine gebracht hat. Ron, was war das Schlimmste bei Ihrer Verwundung? Keine Geschlechtlichkeit mehr zu haben. Die Frustriertheit. Und nicht drüber reden zu können. Ich habe sieben Jahre gebraucht, bis ich mein Buch schrieb und wieder reden konnte. Ich hatte Angst, man wird mich ausstoßen. Es war sehr schwer für alle Veteranen. Für alle Veteranen. Die Leute wollten nichts hören. Die Regierung sperrte uns ein, wenn wir gegen den Krieg protestierten. Konnten Sie nicht mit Ihren Eltern und Freunden reden? Lange Zeit habe ich so getan, als wäre alles in Ordnung. Ich habe mich selber belogen. Ich wollte daran glauben, dass ich wieder zurechtkam, während ich innerlich litt unter dem Verlust meiner Sexualität. Ich hatte Angst, Beziehungen mit Frauen anzuknüpfen. Ich ging nach Mexiko und schlief mit den Nutten. Ging in ihre Betten. Und noch in den Hurenhäusern, die Frauen, sehr selten, gab es eine, die meinen Körper hinnehmen konnte. Ich ging nach Mexiko, um mein Geschlecht wieder zu entdecken, um meinen Körper wieder zu fühlen. Ich war so verschreckt und verstört. Haben Sie je an Selbstmord gedacht? Viele Male. War es schwer, Ihr Buch zu schreiben? Wie eine Folter. Ich hatte den Punkt der Verzweiflung erreicht. Ich bin noch immer verzweifelt. Ich habe nicht einmal ein Heim. Ich wandere durch das Land. Wie ein Nomade. Einmal, das durchzumachen, genügt. Es ein zweites Mal heraufzuholen, an den nackten Nerv meiner Erfahrung zu gehen, war unerträglich. Gefühlsmäßig und körperlich. Ich weinte, ich übergab mich. Ich hatte Albträume. Aber ich machte weiter. Ich nahm mir eine Wohnung und versprach mir, ich werde dieses Buch schreiben oder sterben. Was hat das Buch für Sie getan? Hat es Sie verändert? Sicher. Es hat die Qual von mir genommen. Ich habe einen meiner eigenen Leute getötet. Ich habe unschuldige Zivilisten ermordet. Ich war ein gepeinigter Mann, jahrelang. Irgendwie kommt mir vor, so glücklich Sie sind mit Ihrem Leben hier, umgeben von Freunden, dass Sie jetzt etwas anderes wollen. Ich möchte allein sein, ein bisschen. Ich möchte ein Heim. Ich habe so viel Energie verbraucht. Ich bin erst 30, aber ich fühle mich alt und müde. Ich habe so viel gegeben. Ich möchte Frieden. Ein Zimmer, ein Bett. Ich möchte zur Schreibmaschine gehen am Morgen. Ich möchte Bücher schreiben. Glauben Sie, dass Sie eine Frau zum Heiraten finden? Ich möchte jemanden lieben. Ich möchte heiraten und Kinder haben. Ich kann sie adoptieren. Und jedes Buch, das ich schreibe, kann wie ein Kind sein. Können Sie jetzt verkraften, was Ihnen passiert ist? Und womit Sie den Rest Ihrer Tage leben müssen? Ja. Ja. Ich habe eine Tragödie erlebt, körperlich und emotional, und sie zu etwas sehr Schönem gemacht. Ich habe gezeigt, dass wir nicht aufgeben müssen, wenn eine Tragödie hereinbricht. Dass es eine Riesenkraft gibt, den menschlichen Geist zu überwinden. in jedem von uns, die enorm ist. Oft wissen wir gar nichts von unserer Fähigkeit zur Wandlung, unser Leben zu verwandeln, angesichts der schwersten Krisen. Wir können es tun. Wir können wieder lieben. Der Schlüssel zur Bewältigung der Qual ist Liebe, Verzeihen, Mitgefühl. Und das können Sie jetzt fühlen? Das fühle ich. Das ist die Qualität von mir genommen. Ich habe einen meiner eigenen Leute getötet. Ich habe unschuldige Zivilisten ermordet. Ich war ein gepeinigter Mann, jahrelang. Irgendwie kommt mir vor, so glücklich Sie sind mit Ihrem Leben hier, umgeben von Freunden, dass Sie jetzt etwas anderes wollen. Ich möchte allein sein ein bisschen. Ich möchte ein Heim. Ich habe so viel Energie verbraucht. Ich bin erst preisig, aber ich fühle mich alt und müde. Ich habe so viel gegeben. Ich möchte Frieden. Ich möchte Frieden. Ich möchte ein Zimmer, ein Bett. Ich möchte zur Schreibmaschine gehen am Morgen. Ich möchte Bücher schreiben. Glauben Sie, dass Sie eine Frau zum Heiraten finden? Ich möchte jemanden lieben. Ich möchte heiraten und Kinder haben. Ich kann sie adoptieren. Und jedes Buch, das ich schreibe, kann wie ein Kind sein. Können Sie jetzt verkraften, was Ihnen passiert ist? Und womit Sie den Rest Ihrer Tage leben müssen? Ja. Ja. Ich habe eine Tragödie erlebt, körperlich und emotional, und sie zu etwas sehr Schönem gemacht. Ich habe gezeigt, dass wir nicht aufgeben müssen, wenn eine Tragödie hereinbricht. Dass es eine Riesenkraft gibt, den menschlichen Geist zu überwinden. in jedem von uns, die enorm ist. Oft wissen wir gar nichts von unserer Fähigkeit zur Wandlung, unser Leben zu verwandeln, angesichts der schwersten Krisen. Wir können es tun. Wir können wieder lieben. Der Schlüssel zur Bewältigung der Qual ist Liebe, Verzeihen, Mitgefühl. Und das können Sie jetzt fühlen? Das fühle ich. Ich hatte Angst, Beziehungen mit Frauen anzuknüpfen. Ich ging nach Mexiko und schlief mit den Nutten, ging in ihre Betten. Und noch in den Hurenhäusern, die Frauen, sehr selten, gab es eine, die meinen Körper hinnehmen konnte. Ich ging nach Mexiko, um mein Geschlecht wieder zu entdecken, um meinen Körper wieder zu fühlen. Ich war so verschreckt und verstört. Haben Sie je an Selbstmord gedacht? Viele Male. War es schwer, Ihr Buch zu schreiben? Wie eine Folter. Ich hatte den Punkt der Verzweiflung erreicht. Ich bin noch immer verzweifelt. Ich habe nicht einmal ein Heim. Ich wandere durch das Land. Wie ein Nomade. Einmal, das durchzumachen, genügt. Es ein zweites Mal heraufzuholen, an den nackten Nerv meiner Erfahrung zu gehen, war unerträglich. Gefühlsmäßig und körperlich. Ich weinte, ich übergab mich, ich hatte Albträume. Aber ich machte weiter. Ich nahm mir eine Wohnung und versprach mir, ich werde dieses Buch schreiben oder sterben. Was hat das Buch für Sie getan? Hat es Sie verändert? Sicher. Es hat die Qual von mir genommen. Ich habe einen meiner eigenen Leute getötet. Ich habe unschuldige Zivilisten ermordet. Ich war ein gepeinigter Mann, jahrelang. Irgendwie kommt mir vor, so glücklich Sie sind mit Ihrem Leben hier, umgeben von Freunden, dass Sie jetzt etwas anderes wollen. Ich möchte allein sein ein bisschen. Ich möchte ein Heim. Ich habe so viel Energie verbraucht. Ich bin erst 30, aber ich fühle mich alt und müde. Ich habe so viel gegeben. Ich möchte Frieden. Und ich möchte... Ich möchte... Ich möchte ein Zimmer. Und ein Zimmer. Und ein Bett. Und ein Bett. Ich möchte ein Typ-Writer. Ich möchte...